Rette unbedingt deinen Zahn, kämpfe um ihn, erhalte deinen Zahn. Er ist so wichtig, so wertvoll, nicht nur fürs Kauen, nicht nur fürs gute Aussehen, sondern für das ganze Stummatugnate-System. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode. Alles beginnt mit einem Lächeln. Mein Name ist Andrea Jakob und ich bin dein Host. Ja, heute habe ich dir ein extrem spannendes Thema mitgebracht und zwar geht es um das Thema Wurzelkanalbehandlung. Allein dieses Wort, das ist nicht sexy und das macht bei vielen schon wirklich Bilder im Kopf, Horrorszenarien. Und ich möchte damit aufräumen, weil es eine extrem wichtige Behandlung ist, wenn du Schmerzen hast, wenn du vielleicht einen Zufallsbefund bekommen hast, um deinen Zahn langfristig zu erhalten. Warum? Schau, was ist denn die Alternative? Die Alternative ist vielleicht ein teures Implantat. Eine schöne, aufwendige Brücke, wo man mindestens zwei Zähne rechts und links als Pfeiler beschleifen muss. Vielleicht haben diese Zähne nicht mal irgendwelche Probleme. Oder aber du sagst, hä, da hinten die Lücke, die stört ja keinen, sieht auch keiner. Vorne im Frontseinbereich sieht das schon natürlich anders aus. Das ist wichtig, dass deine Visitenkarte, dein Schaufenster, aber da hinten sagst du, hey, so what? Da ist eine Lücke. Aber das ist oftmals der falsche Gedanke, weil was ist, wenn das die erste Lücke ist? Irgendwann die zweite Lücke, die dritte Lücke und die verspreche dir aus meiner mittlerweile 25 Jahren Berufserfahrung, diese Probleme potenzieren sich und sie eskalieren irgendwo in wirklich schwierigen Problemen bis hin zu Kiefergelenksbeschwerden, kippende Zähne, der Biss verändert sich. Du hast einfach ein Riesenproblem, was dir momentan nicht wichtig ist, das du vielleicht auch nicht kennst, aber du spielst doch dann mit dem Leben deiner anderen Zähne, weil sie überbelastet sind. Sie müssen die Aufgaben mitnehmen von Zähnen, wo du gesagt hast, boah, die sind es mir nicht wert, eine richtig gute, erhaltene Wurzelbehandlung zu machen. Aber steigen wir tiefer ein in dieses Thema, weil es ist extrem spannend. Und ich habe über meine letzten Jahre in der Praxis so viel gelernt, welche Unterschiede wirklich entscheidend sind, um deine Zähne langfristig, auch mit einer Wurzelbehandlung, schmerzfrei zu bekommen und auch zu sagen, sie sind jetzt noch im Mund. Pass auf! Welche Szenarien könnten zu einer Wurzelkanalbehandlung führen? Es gibt mehrere, aber die großen drei, okay vier, wollen wir kurz anreißen, sind Du hast tierische Schmerzen, weil du irgendwo Karies hast, es entwickelt sich ein Riesenloch, der Nerv ist entzündet, er schmerzt. Indikation Wurzelbehandlung. Es wird sich nicht von alleine lösen, dieses Problem. Zweite Geschichte ist, du willst vielleicht eine Krone, brauchst eine Krone oder irgendwas muss revidiert werden. Und man sieht schon auf dem Röntgenmilch, boah, das ist echt eine Wurzelfüllung, die ist einfach viel zu dünn, viel zu schlecht und es wird Probleme geben, wenn wir eine neue Krone drauf machen. Warum? Das hat viel auch damit zu tun, dass wir vielleicht Füllungen, die auf deiner Wurzelfüllung oder einer alten Krone, die wir erneuern müssen, einfach sind und wir Sauerstoff auf ein geschlossenes System geben, was vielleicht die letzten 10, 20 Jahre ruhig war. Und ich kann verstehen, dass das für viele Menschen einfach nicht zu verstehen ist, warum ein wurzeltoter Zahn erstens überhaupt Beschwerden machen kann. Das ist auch nicht einfach zu verstehen. Der ist tot, warum macht der Probleme? Ich darf dir eins verraten, das sind die schlimmsten Zähne in der Zahnheilkunde. Die sind einfach nicht in Schubladen zu packen. Und es gibt so viele Möglichkeiten an Symptomen, an Problemen, die auftreten können, die einfach nicht in A oder B einzuteilen sind. Okay, das an dieser Stelle musst du einfach kurz akzeptieren. Es ist so. Okay, das heißt, diese Wurzelfüllungen müssen zum Beispiel revidiert werden. Oder aber wir machen Röntgenbild zur Kontrolle und stellen fest, hey, da ist an der Wurzelspitze irgendwas im Röntgenbild auffällig und das rührt meistens daher, dass irgendwo Keime und Bakterien in diesem Zahn sind. Und entweder er wurde schon mal Wurzelbehandlung oder es ist eine Indikation, jetzt eine Wurzelkanalbehandlung zu starten, weil diese Probleme einfach an der Wurzelspitze sich eskalieren können bis hin zu einem Abszess, einem dicken Gesicht, Schwellung, Schmerzen, echt Probleme. Die können sogar im Krankenhaus enden. Also das sind Sachen, mit denen man nicht spaßen sollte. Und dann kann es natürlich immer noch sein, dass du irgendwie eine Füllung bekommst, die Karies unter der Füllung oder die Karies, die weggebohrt werden muss, weil einfach ein Riesenloch ist und du eine Füllung bekommen sollst oder eine Krone. Und man einfach feststellt, dass der Zahn so weich wie Butter ist, dass wir einfach, ja, dass das alles schon infiziert ist, kaputt ist und wir schon quasi in den Nerven landen. Aber nicht, weil der Zahnarzt so dämlich ist, sondern weil die Karies den Weg einfach gebahnt hat, das umgebende Gewebe zerstört hat und wir alles Weiche einfach wegbohren müssen. Das ist einfach so. Das ist die Indikation einer Füllung, logisch. Aber selbst wenn wir einen eröffneten Zahnnerven haben, wir packen da eine Füllung drauf. Hey, dann kriegst du Schmerzen. So, jetzt ist natürlich die Frage, du kennst das bestimmt von Arbeitskollegen, Familie, vielleicht hattest du das sogar selber schon, eine Wurzelbehandlung, Horror, ja, Schmerzen. Die Spritze wirkt nicht. Du musst Gefühl hundertmal zum Zahnarzt. Der Zahn ist drei Monate offen. Du gehst nicht hin. Du willst nicht. Der Kopf, der spielt einfach Geschichten und du hast Angst. Und das kann ich auch verstehen. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, wenn du um deinen Zahn kämpfen möchtest und die Wurzelbehandlung unterm Strich, und das darfst du verstehen, ist ein Erhaltungsversuch. Nichts anderes. Es ist ein Versuch, deinen Zahn langfristig so zu erhalten, dass er keine Probleme macht. Dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, wie du eine klassische Wurzelkanalbehandlung optimieren kannst. Und du darfst das selber entscheiden. Ich möchte dich hier nur darüber aufklären, was du für Möglichkeiten hast. Oder frag deinen Zahnarzt, hey, was können wir noch machen? Oder gibt es Kollegen, die das besser können als sie? Whatever. Ja, da muss man einfach ins Gespräch gehen. Und ja, alles, was dann aufwendiger ist, ist von der Krankenkasse, und es ist ein leidiges Thema, und ich darf dir versprechen, auch Zahnärzte haben da nicht tagtäglich, mehrmals am Tag, Lust drüber zu reden. Aber das, was die Krankenkasse dir bezahlt, ist nur medizinisch ausreichend. Es schuldet keinen Erfolg. Das schuldet Medizin generell nicht, weil wir können es nicht versprechen. Es gibt kein Versprechen, dass danach alles ein Leben lang gut ist. Das geht nicht. Das kann dir auch der Autoverkäufer nicht versprechen, dass du nicht ein Auto des Montags Auto bekommst, dass du Probleme hast. Es kann dir keiner versprechen, dass deine Hüfttransplantation ein Leben lang gut geht. Oder die Herztransplantation. Oder die standardmäßige, was weiß ich für eine Operation. Das geht nicht. Und das hat auch nichts mit Geld zu tun, weil alle, wir alle geben uns die größte Mühe, dass es dann auch wirklich gut funktioniert. Zumindest darf ich da für mich sprechen. Und ich habe im Anfang meiner Laufbahn Wurzelbehandlung gehasst. Ich habe das gehasst. Warum? Weil die Patienten immer irgendwelche Probleme hatten. Und das macht auch mir keinen Spaß, wenn der Patient kommt und sagt, boah, der tut immer noch weh oder es geht schon wieder los oder wie auch immer. Und dann ist es eben an dem Arzt zu gucken, was gibt es für Möglichkeiten. Und ich war, oh, das ist mittlerweile gefühlt 15 Jahre her, habe ich gesagt, okay, das kann so nicht weitergehen. Ich gucke mir jetzt einfach mal eine Fortbildung an und habe eine Fortbildung in Hamburg gebucht. Und diese Fortbildung hat wirklich mein Berufsleben total verändert. Und das hätte ich nie gedacht. Warum? Warum? Das darf ich dir verraten. Ich habe das erste Mal, weil kein Zahnarzt ist dazu verpflichtet, kein Zahnarzt braucht ein Mikroskop, ein Dental-Mikroskop. Aber wenn wir jetzt mal vom Logischen ausgehen, Neurochirurgen arbeiten den ganzen Tag durchs Mikroskop. Nerven sind mikroskopisch klein. Und ich habe in dieser Fortbildung durch das Mikroskop geguckt und dachte, oh mein Gott, was wir da alles drin lassen, wenn wir es nicht irgendwie mit dem Mikroskop unter Sicht reinigen. Und das siehst du nicht mit bloßem Auge, das siehst du nicht mit einer Lupenbrille, das siehst du nicht mit einer zweifachen Vergrößerung, nicht mit einer dreifachen oder fünffachen Vergrößerung. Du siehst es auch nicht, wenn da schon eine Krone drauf ist. Und es hängt einfach, und das habe ich da für mich extrem begriffen, und so versuche ich das auch meinen Patienten in der Praxis zu verdeutlichen, es hängt davon ab, wie sauber wir dieses Kanalsystem deines Zahnnerven bekommen. Wie sauber wir einfach alles, was da nicht hingehört, muss weg. Zum Beispiel, wenn ein Nerv durch Schmerzen, durch Entzündungen, durch Keime und Bakterien, wird er zersetzt. Und dieser Matsch, das ist wirklich Matsch, das ist weich. Du darfst dir sonst so Nerven als so ein Strang aus Nerv, Arterie und Vene vorstellen. Das ist so ein richtiger Strang. Und in seltensten Fällen schafft man das, bei einer Wurzelbehandlung den in toto, also in eins rauszuziehen. Und das ist, ja, das ist halt schon so ein Konstrukt, was als ganzer Schlauch irgendwie rauskommt. Ist das Ganze zersetzt, ist es völlig zermeter, zermatscht, und du musst sehen, wie du das sauber bekommst. Es ist wirklich ein sauber pulen, ein sauber spülen. Und das ist halt etwas, was den Erfolgsaussicht von einer Standard-Kassenwurzelbehandlung, den du in einer Viertelstunde, 20 Minuten fertig machst, ist das eine ganz andere Nummer, weil je mehr wir sehen durch das Mikroskop, andere Instrumente verwenden können, sauberer machen können, wie wir sehen, sind die Kanalwände noch weich. Wir spülen, 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 spülen mehrere Milliliter an unterschiedlichen Lösungen durch diesen Zahn durch, damit die einfach alles aus den Kanälchen, wo wir auch mit den Nadeln nicht hinkommen, so weit frei spülen, dass die organischen Bestandteile da rauskommen. Und da sieht man zum Beispiel, dass diese Lösungen dann so sprudeln und blubbern. Und das ist etwas, was ich selbst mit Lubenbrille, das sehe ich einfach nicht. Ich weiß nicht, wann ist da genug. Und das sind alles so Sachen, was auch unheimlich Equipment kostet und es kostet Learning. Ja, das war eine intensive Ausbildung. Wie gesagt, da ist kein Zahn dazu verpflichtet. Aber ich habe einfach gesehen, dass ich meinen Patienten einfach die Schmerzen nehmen kann, die Zähne langfristig erhalten kann, viel, viel besser als mit diesen Standardgeschichten. Und deswegen habe ich da halt viele Ausbildungen beziehungsweise viele Fortbildungen besucht und mein Behandlungssystem optimiert, meine Geschicklichkeit trainiert, weil ich darf dir eins sagen, durch so ein Mikroskop zu gucken, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Du lernst halt die Zahnmedizin nochmal ganz anders kennen. Und dann ist es halt auch wichtig, dass wir das nicht nur alles sauber machen, sondern dass wir das, so gut es geht, so dicht verfüllen, dass möglichst wenig Hohlräume in diesen Zähnen sind, wo sich aus diesem System, aus dem Nichts eigentlich schon so ein Biofilm wiederentwickeln kann, der dafür verantwortlich ist, wird dein Zahn die nächsten 15, 20 Jahre ruhig sein oder nicht. Und das ist etwas, was ich dir einfach in dieser Podcast-Folge an die Hand geben möchte. Kämpfe um deinen Zahn. Und ja, diese aufwendigen Wurzelbehandlungen kosten Geld. Und sie kosten unterschiedlich Geld. Sie kosten unterschiedlich Geld. Es geht darum, welcher Zahn es ist. Es geht um die Schwierigkeitsgrade. Es geht darum, wie viele Kanäle das sind. Und das ist ganz klar. Und es gibt viele Zusatzversicherungen, die das glücklicherweise schon bezuschussen oder bezahlen. Gerade die privaten Krankenkassen, die sich für gesetzlich Versicherte öffnen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hack an dieser Stelle, dass wenn du jetzt noch quasi jung bist, dass du diese Wurzelkanalbehandlung gegebenenfalls, wenn es für dich wichtig ist, mit abschließt. Das ist etwas, was nicht den Zahnersatz betrifft, sondern den Zahnerhalt. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Weil ich finde es immer noch immer besser, auch für mich persönlich. Ich würde mir nie einen Zahn rausreißen und dann lieber ein Implantat setzen lassen. Weil auch Implantate, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, die halten ja auch nicht 100 Jahre. Da gibt es genauso Herausforderungen. Und wenn dein Zahn ein Problem hat und du machst alles möglich, was jetzt möglich ist und selbst dann bricht irgendwas kaputt oder es kommt irgendwas, was Unvorhersehbares ist, dann kannst du immer noch sagen, ob du ihn dann in den nächsten 5 Jahren oder 10 Jahren entfernen lässt. Aber er hat die letzten 5 bis 10 Jahre nochmal gut für dich gedient und gearbeitet. Ja, und was kommt denn dann? Und was kommt, wenn das Implantat nicht mehr funktioniert? Es gibt immer noch Implantate, die entfernt werden müssen, die Probleme machen und die Patienten sagen, nee, never ever again. Das ist nämlich auch eine ganz blöde OP, wenn man Implantate einfach entfernen muss. Das ist nicht schön für die Patienten. Und deswegen ist es für mich so extrem wichtig, den Zahnerhalt, auch die Prävention letztendlich in den Vordergrund zu heben. Weil was passiert, wenn viele irgendwie sagen, ja, Wurzelbehandlung sind Herde und Tri und Tra und Trulala, alles gut und schön. Aber was ist die Alternative? Das musst du für dich entscheiden. Und wenn du für dich sagst, nein, ich möchte das loswerden, feel free. Ja, dann ist es vielleicht so, dass das für dich der richtige Weg ist. Aber was mir halt wichtig ist, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass es eine Alternative zu dieser Standardwurzelbehandlung gibt. Aber wie gesagt, such dir einfach jemanden, wo du vielleicht schon mal gehört hast, dass er gute Erfolge damit hat. Es gibt reine Spezialisten, Endodontologen, das bezeichne ich mich auch nicht. Die haben wirklich Masterstudiengänge gemacht. Die machen den ganzen Tag nichts anderes. Aber ich habe gute Erfolge mit der Behandlung, auch mit dem Mikroskop und mache das in meiner täglichen Arbeit mit. Ja, das heißt, ich würde sagen, ich habe schon einen Fokus auf die Wurzelbehandlung. Ich weiß, welchen Zahn ich für dich retten kann und welchen nicht. Und wir können auch mit dieser Behandlung nicht zaubern. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Aber wir haben es auch schon geschafft, Patienten zu heilen mit Zähnen, wo ich früher gesagt habe, die müssen raus. Die hatten tierische Entzündungen, die man auf dem Röntgenbild gesehen hat. Die hatten einen riesen Abszess gleichzeitig im Gesicht und Wange. Und ich darf mit Stolz sagen, dass diese Zähne immer noch im Mund sind. Es sind junge Patienten, wo wir wirklich alle Register gezogen haben. Und das freut mich natürlich extrem, dass man da nicht gleich zur Zange greifen muss, sondern in Gespräche gehen kann und für dich den wirklich, für dich persönlich richtigen Weg finden kann. Und ich kann das auch verstehen, dass manche Menschen mit dem Geld hadern. Das ist alles in Ordnung. Aber du musst wissen, was es für Möglichkeiten gibt. Und vielleicht kannst du ja auch darauf sparen, wenn es jetzt keine Schmerzbehandlung ist oder vielleicht irgendwo Unterstützung in der Familie bekommen. Ja, meine Lieben, das soll es gewesen sein zum Thema Wurzelbehandlung. Extrem mannigfaltiges Thema, extrem komplizierte Zähne. Und es gibt extrem unterschiedliche Behandlungskonzepte. Und das ist etwas, was Menschen einfach auch verstehen dürfen. Ich weiß, das ist nicht einfach. Aber es gibt immer für jedes medizinische Problem viele Ansätze, viele Lösungen. Und du musst für dich die Richtige suchen. Du musst für dich recherchieren, dich umhören, vielleicht auch deinen Arzt fragen. Hey, gibt es eine andere Alternative? Und ich finde es nichts mehr als Größe eines Arztes zu sagen, ja, gibt es, kann ich aber nicht. Weil wir können nicht alles können. Das geht heutzutage nicht mehr, weil das Wissen und die Technologie, die Möglichkeiten, die wir haben, sind von einer einzelnen Person ganz oft nicht abzubilden. Das heißt, vielleicht hat dein Zahnarzt irgendwo ein Netzwerk, das er sagt, bei solchen Patienten, denen das extrem wichtig ist, geh zu dem Endodontologen oder zu dem Kollegen, danach gehst du wieder zurück. Alles feel free. Ja, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was die Wurzelkanalbehandlung bedeutet. Fakt ist, versuche dich von den Horrorgeschichten zu lösen. Es gibt ganz, ganz viele Patienten, die hatten Wurzelbehandlung. Da war überhaupt kein Drama, kein Schmerz, kein Leiden und diese Zähne wurden gerettet. Ganz häufig ist es einfach so, dass diese schlimmen Geschichten einfach mehr Aufmerksamkeit bekommen, weiter gestreut werden und deswegen werden sie aufgebauscht erzählt. So, jetzt aber auch wirklich das Ende dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst. Stell mir gerne deine Fragen auf Instagram oder jetzt auch auf YouTube gerne unter dieses Podcast-Video. Ich freue mich, mit dir zu interagieren, auszutauschen. Ich weiß, es haben ganz, ganz viele Menschen schon schlechte Erfahrungen mit Wurzelkanalbehandlung gemacht. Das tut mir leid, weil es heutzutage nicht mehr sein muss. Liebe Grüße, bleibt gesund, bis nächsten Mittwoch.